Wir sagen erstmal Dankeschön an euch alle, an die ganzen Mädchen und Jungen, die hier eine Woche lang bei uns alles gemacht haben, gestaltet haben, getanzt haben, live Hörspiele entwickelt haben, gezeichnet, gemalt und was alles entstanden ist, zeigen wir in der kleinen Fotodokumentation, das können Sie sich anschauen, aber natürlich auch in unserer Präsentation hier in den Räumen. Sie können gleich gerne mit Ihren Kindern zusammen mit Ihren Räumen, mit Ihren Räumen anschauen, wir werden auch ein kleines Programm haben, das fängt gleich im Anschluss hier an mit Modizenzgruppe, genau, und anschließend das Leiterspiel, hinten in dem letzten Raum mal sein. Dann haben wir heute ein, wie soll ich sagen, unsere Jugendkunstwoche ist so schön, dass sogar Kinder ihren Geburtstag hier feiern wollen. Wo ist denn die Dina? Dina! Ah! Dina! Dina hat heute Geburtstag und wir haben auch als Erinnerung eine kleine Geburtstagskarte für dich gemacht. Die Karte hat auch schon mal gemacht und wir haben alle unterschrieben. Hier ist es ein Dank. Ich würde euch neu sagen, mal... Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Dina, Happy Birthday to you. Ja, das war das Programm, fühlen Sie sich einfach wohl, wir werden gleich noch ein paar bisschen Kaffee und Kicks auf den Tisch stellen und machen Sie einen guten Nacken. Vielen Dank.